Mein Name ist Bond. James Bond. Mein Name ist Bond. Jane Bond. Mein Name ist Bond. Krista Bond. Mein Name ist Bashi. Bashi Bashi. Mein Name ist... Du kannst mich sagen, mein Name ist Blond. Ich würde sagen, sehr viel Bond schreckt in mir ein bisschen Action. Ich liebe es. Es ist vielleicht klischeehaft, aber ich habe es auch ausprobiert in New York mit einem Helikopter rumfliegen, Privatchef. Luca könnte auch der nächste James Bond sein. Echt? Nur mit Leuten, die umbringen. Das wäre nicht seins. Oh nein, das wäre viel zu lieb. Ja. Ein interessantes Leben, so ist es nicht. Sven ist so ein typischer Gadget-Fan wie James Bond auch. Ich würde sagen, von aussen her wäre schon immer Zeit für einen klassischen James Bond. Danke für die Blumen. Du bist eigentlich der absolute Anti-Bond. Also... Vielleicht so... Also habe ich keine schönen Frauen? Nein, nein, nein. Hohohohohoho. Nein, aber du... Er ist ein Beschützer. Er beschützt seine Liebestände, würde ich jetzt sagen. Das ist eine Eigenschaft, die du hast und der Bond auch hat, glaube ich. Gentleman natürlich. Absolut. Und auch mit einer gewissen Durchschlagskraft. Du bist der nächste Bond. Ich bin der nächste, ja. Ja, ja. Sie hat mir gerade gestern angerufen, habe ich der neue Bond sein. Okay. Ich muss noch mal überlegen. Mal schauen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, dass es so schön ist. Also wir verbringen jetzt den Herbst in Deutschland. Wir gehen wieder ein bisschen tanzen. Huh! Huh! Was ich immer gesagt habe, was mein Ziel eigentlich, oder eben Mission und Ziel vom Leben ist, ist, dass wir einfach irgendwann mal eine glückliche Familie gründen. Dass wir Spass am Leben haben und jeden Moment eigentlich ausgekostet zusammen. Und dass wir auf ewig zusammen sind. Und wegen dem haben wir ja auch erst gerade kürzlich geheiratet. Dass wir da eigentlich den Weg zusammen bestreiten wollen. Und ich glaube, das ist unsere Mission vom Leben. Schliess mich dann an. Ich habe nicht eine. Ich habe jeden Tag eigentlich 25. Also mein Leben ist noch komplizierter, finde ich, als das von James Bond. Weil ich nicht nur jemanden habe, der mir Befehl gibt. Sondern mit einem Ehemann und vier Kindern sind es noch ein paar mehr. Meine Mission im Leben? Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade ein Kind bekommen. Mein Kind gross und gesund aufzuziehen. Lizenz für Gratis-Pizza. Auf der ganzen Welt. Ich habe, glaube ich, Lizenz zum Zocken umlegen lassen oder zuhause. Hast du? Weiss nicht. Ich glaube nicht. Von dem weiss ich auf jeden Fall nichts. Lizenz zum Zocken. Wie noch ein zweiter Versuch. Das ist das, was man manchmal nicht im Leben oder im Sport hat. Dann hast du eine Entscheidung getroffen. Und dann ist es so. Und du denkst so, wenn ich es noch machen könnte, würde ich es vielleicht besser machen. Und so. Ein zweiter Versuch, dass er manchmal noch hilfreich wäre. Ich hätte gerne eine Lizenz zum wahnsinnig gute Musik spielen. Also ich würde wirklich so, dass alle sagen, wow. Wenn der auf dem Klavier sitzt, ist es grossartig. Jetzt gerade in der Pandemiezeit, man ist nicht so frei, um überall hinzugehen. Darum nehmen wir die Lizenz, um frei, überall in der ganzen Welt mich bewegen zu können. Ja. 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 Vielen Dank.